Ja, das war ohne Fremdeinwirkung. Ich habe auch mit dem Stock nicht zwischen meine Beine gestochen, was manchmal passiert, sondern bin einfach an dem Schneepoppel hängen geblieben und dann hat es mich rumgedreht. Also ich weiß nicht, das passiert bei 5.000 Laufkilometern einmal und dass es gerade hier ist, jetzt sein muss, das kann ich mir momentan auch noch nicht erklären. Danach war der Rhythmus völlig ab. Ja, seit einem Bruchteil von einer Sekunde sind zwei Medaillen futsch, die auch, wenn man ganz klar ist, dass es nichts mehr wird, das kann ich noch so schnell aufstehen, ich komme da nicht mehr hin, das geht die Prost ab. Wann glauben Sie, dass Sie sich darüber freuen können? Das weiß ich nicht. Aber ja, es ist auch blöd, sich jetzt zu ärgern über eine Bronzemedaille, aber im Moment überwiegt halt einfach der Gedanke daran, ob Gold oder Silber im Schnee liegen wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.